Machst du? Hallo! Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ihr habt es richtig gehört, der Onkel ist da. Natürlich zocken wir es wieder online. Ja, genau. Hallöchen. Hier ist der Nacken. Ja, da wird auch schon sabotiert. Okay. Und ich habe mir diesmal ein Medi-Pack mitgenommen, weil davon habe ich einige. Ja, ist schon der erste wieder weg. Aber ich weiß nicht, ob ich diesmal ein Ego spiele. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wenn der Killer weg ist, weggeht vom Dings, okay. Aber sobald er dort rumhängt, dann mache ich F-Ego, weil das ist mir zu blöd. Und steht er davor. Weißt du was? Siehst du, ne? Da ist doch... Äh, ich bin beim Generator. Ja, man sieht das nicht gerne, ein Ego-Spieler. Aber... Oh, da ist ein Kommen. Das ist gut. Da gibt es ja auch so einen Perk, ne? Das hat besser ein Kommen, denn so ein Scheiß. Jo. Ah, da bist du hier an dem Generator? Ne. Jo. Ich helfe dir mit. Wenn du das jetzt hier bist, ja, ne? Du bist ja hier da. Ja. Ich glaube, man hat wenigstens auch Coop-Punkte. Ach, der nächste ist wieder. Boah, ganz da hinten. Ja. Ach, da ist der nächste Generator. Ist das wieder dasselbe? Ne. Ne. Aber hängt an dem selben Haar, glaube ich. Das war für mich jetzt aber auch mal befreiend, die letzten Runden, dass wir mal wieder offline gezockt haben. Das ist jetzt wieder ein ganz einfaches Gefühl, wieder zu zocken. Da kommt. Oh, nein. Oh, genau am Haken. Ach, ne. Das ist gut. Ich bin nämlich direkt in der Nähe. Also ich werde jetzt, ja, wie gesagt, ich mache jetzt zwar ein auf Ego, aber nur noch natürlich werde ich retten, weil... Ja, das war ja wieder doof, ne? Ja, das ist gut, ja. Der rennt weg, schnell, komm, jetzt, jetzt oder nie. Gehen, 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 nicht rennen. Am besten hier, in einem Ballen. Ich gehe hier noch einen Baum, obwohl das ein bisschen dünn ist, ich gehe unter dem Baum. Machst du? Weil dann brauche ich nicht, brauche ich mir den Sandikasten nicht ankratzen. Puh. Kriege ich halt auch Punkt. Oho. Ja, genau. So. Dann. Subidubi. Hier ist der nächste Generator. Oh, der hängt schon wieder da drüben. Ich glaube, in der Nähe ist das sogar. Oh, jetzt ist es fast verkackt durch. Er kommt. Er ist gegangen. Ich versuche. Er war doch nicht. Ah, hätte ich es doch mal versuchen sollen. Machst du den Generator? Warte, der ist gerade hier an dem Generator. Okay. Dann gehe ich mal zum anderen. Ja. Mitten im Felde. Ja. Der mit seiner scheiß Motorsäge. Mann, nee. Der ist aber gut mit seiner Motorsäge. Muss man ja ehrlich zugeben. Aber da hat er einen Steuern im Haken. Oh, ich brauche gar nicht willen. Aber ich habe noch die Hälfte der Energie. Nalo. Ich komme. Der haut ab. Der ist weg. Drei, zwei, eins. Jetzt dauere ich jetzt nochmal Haken. Hält du dich mal lieber? Ja. Er kommt in deine Richtung. Er guckt im Schrank. Bin gleich geheilt, oder? Ach, jetzt habe ich mich selber wieder verletzt. Ich war ein Idiot. Ich mache den Generator hier weiter. Okay. Ah, nee, er ist bei mir. Hat er dich? Wow, 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 wow. Er hat mich übersehen. Okay. Okay, okay, so. Wenn du dann bei dem Generator bist, dann... Ja. Er ist weg. Oh, er kommt genau zu mir dran. Gut, kann ich den Generator irgendwie fertig machen? Ja. Na, er ist hier noch näher, aber ich... Puh... Einmal noch am besten versteckt. Einfach nur versteckt bleiben. Drei Viertel. Und der wird dann dorthin gerannt, denke ich mal. Ja. Komm, mach schnell. Ich habe hier vor mir noch einen Generator. Der Generator, der ist noch bei mir. Was, der ist bei dir? Der Typ? Ja, der ist... Ich habe hier noch einen Generator. Er guckt zum Schrank wieder. Er ist wieder weg. Oh, oh. Ja, er hat mich. Egal, mach Generator. Mach Generator einfach. Scheiß drauf. Sag ich nicht über die Lüge? Obwohl, du bist ja noch nicht tot. Nein, aber mach du mal. Mach du mal. Mal fängst du erst an. Jo. So, er geht weg. Er ist im Felde. Okay. Warte, gleich wird er zu mir stürmen, weil ich habe gleich den Generator fertig. Und dann kannst du ja versuchen, mich zu retten, wenn du magst. Sag Bescheid. Ist er bei dir? Ich höre ihn wieder. Er ist in der Nähe. Aber er ist weg, er ist weg, er ist weg. Ich höre ihn aber, ja. Ah, er hat mich. Oh Mann, so ein Vogelscheiß drücken. Ja, ich kann nicht drücken. Aber vielleicht kannst du auch nur noch wickeln. Oder ich bringe mich um. Und du krabbelst zur, äh, zur Luke. Keine Ahnung, wo die ist. Ja, vielleicht kannst du dich noch frei umregeln. Ich weiß nicht, dass er natürlich ideal ist. Also, mit dem Kettensägen, man ist doch richtig gut. Glaub mir, mein Freund, glaub mir, mein Freund, ich wickel hier. Äh, ich halte hier an. Ich halte. Er ist vorbei, Onkel. Ich weiß, er hat mich auf dem Auge. Ich hab... Sehr schön. Komm, wenn du jetzt einen Gluescheiß drücken würdest. Ah, schade. Schade, schade, schade. Schade, mit T-S-C-H. Schade. Ja, schauen wir diesmal zu. Das ist die Luke. Das ist die Luke, Onkel. Komm, 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 wickel, wickel, wickel. Komm, gib Gas. Hackenspot, Hackenspot. Los, komm, 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 komm. Was? Schade. 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 Ah, war aber eine gute Runde, muss ich schon sagen. Ja, ich hab viel geschafft. Generatoren, Haken, alles mit dabei. Ich durfte ein paar Punkte geben. Ja, wo? Und ja, du warst. Oh, 10.000. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschau. Tschüss. Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Dann herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin der Onkel wieder mit am Status der Sergeant Miller. Und der Geist. Och, Mann. Ja, Moinski. Moinsen. Hier ist ein Generator. Okay. Da ist er. Lauf! Das bist du gar nicht. Okay. Ja, selbstverständlich. Jagd er wieder mich. Ich hab jetzt irgendjemanden zu irgendjemanden gelockt. Das ist egal. Solange du ihn nicht zu mir lockst, ist alles gut. Aber wenn ich ehrlich bin, mach ich das auch. Nö, ficken! Ach, der hat mich verarscht. Dieser Dreksack. Das mit dem Heilen, kurz nach so einer ungekippten Palette, das muss ich noch lernen. Das muss ich noch. Das ist noch so eine Sache. Aber da bin ich noch zu aufgeregt, um das ruhig und entschlossen zu machen. Na, komm schon. Ich hab's doch gleich. Ich komm. Och, Mann. Ich häng. Ich komme sofort. Geht er weg? Bleibt er? Ja, läuft hier im Kreis rum. Jetzt müsst ihr auch zu mir kommen. Ja, jetzt läuft es. Kommt irgendeiner? Kommt irgendeiner an? Nein, einer. Okay, dann mach ich mich mal auf den Weg. Jetzt kommt auch einer her. Oh, der Geist läuft hier gerade lang. Du, Pissmale. Jagt er dich, oder was? Ja. Mich redet einer. Geh weg. Versuch auszulegen. Na, hilf mir doch! Hey. Ja. Achso. Okay. Bist du das? Ja. Ich wollte mich erst eigentlich hier nur ducken. So. Ich seh ihn noch nicht. Okay. Schau du dich mal in Ruhe um. Was? Ja, ja, klar. Schau dich um. Okay. Während er jetzt kommt, mach ich dich fertig, ne? Und fertig. Okay. Hier ist auch ein Generator in der Nähe. Hm, da vorne. Hier gerade aus. Guckst du hin? Was? Wegen dem Geist. Oh, der eine hat da. Die neue Verbindung. Du guckst nach hinten, ich guck nach links. Also, ich guck hier zum Wald raus und du guckst nach hinten. Oh, er hat mich vom Rabe auch schon. Rabe. Oh. Also, ich seh ihn nicht. Bis jetzt. Bei mir ist auch sauber. Er wird also jetzt unsichtbar oder nicht unsichtbar, ich weiß es nicht. Ah, er ist nicht unsichtbar, okay. Ah, der vorne läuft er, okay. Hier haben wir den nächsten Generator. Okay, ich geh mal hier zum Haken. Mach den kaputt. Ich mach den Generator hier. Aber ich höre den noch. Guck ich nicht. Übelst viele Skillchecks hier, wenn wir den scheiß Haken machen immer. Jo. Ist der eigentlich unsichtbar oder hörst du den? Ich hab ihn eben noch gehört. So, Haken ist im Arsch. Ah, scheiße. Was denn? Hat er dich schon was? Ich hab mich verdrückt. Dann verschwinden die Brust. Nee, ich mach den ja noch fertig. Er kommt aber. Uff. Das ist nicht durch. Du blockst. Jo. Der ist fast fertig. Der Generator. Nur noch einmal antippen. Wer ist hier immer noch hier? Puhapuha. Ich bin genau rechts neben dir. Ja, du weißt, wo du nicht langlaufen solltest. Kann ich zum Generator? Nee, da kommst du zurück. Hallo? Heavy Metal kommt. Was? Heavy Metal Musik hab ich gerade. Ach so, du bist das Gornisch, der gejagt wurde. Na, fuck, er hat mich. Oh, Mann. Gut, dann mach ich mal den Generator weiter. Ach, Mann. Warum aufwischend er mich da? Ja, aber hier ist ja kein Haken, also hast du gute Chancen. Wie klar ist hier ein Haken, gleich neben mir. Nee, den hast du doch gemacht. Ach, na eben. Oh, Mann, ey. Hä? Oh, ist das nervig. Hat er ja auch so einen scheißfesten Kniff oder was? Du kannst mich runterschmeißen, wie du möchtest. Das Wiggeln geht ab da weiter. Ich bin raus. Gut, ich lock ihn. Bitch. Wo sind sie zu lang? Jagd hatte ich? Er hat mich, glaube ich, verloren. Oh, jetzt habe ich mich selber wieder verletzt. Ach, er hat mich, ach, fick dich doch. Ich würde zu doof waren. Mann. Ach, hör doch auf. Er hat mich hingelegt. Ich recover mich mal. Ja. Aber schon, jetzt über den Herzschlag leiser. Da kommt schon einer. Wolle, ihr Weibsee. Du, was sagst du mit mir, Onkel? Boah, meinst du mir geht's besser? Ach, nein. Der läuft mir wieder genau, ey. Warum habe ich denn jetzt den Herzschlag? Ich höre keine Musik mehr. Ich höre nur noch leise den Herzschlag. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin am Haken. Kämpfer? Nein. Ist weggegangen. Er guckt ins Schrank. Jetzt, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade am Haken. Er guckt den nächsten Schrank hier rum. Gut, dann werde ich jetzt einen Generator machen. Halte dich jetzt ein bisschen bedeckt, Onkel. Witzig, der ist mir schon wieder hinterher. Nein. Ich bin hier gerade am Haken, der ist mir gerade am Haken, der ist mir gerade am Haken, der ist mir gerade am Haken. ich fresse ganz schön gut jetzt hatte ich bisschen bitte bedenkt bedenkt er ist bei mir er jagt mich und er hat mich hat er nicht okay das hat nicht geklappt was du die hatten gemacht wo hast du die hatten gemacht hier hinten rüber rüber bei den generatoren die einen sind ich mache mal haken weiter vielleicht hilft das ist noch ein bisschen weiter das aber nicht so ein besonders guter kinder von daher ist vielleicht entkommen sehr gut ich bin schon weg und er hat mich wieder wieder daneben gehauen wie oft bist du schon gegangen nicht einmal ok der haken hier ist auch weg gut er ist schon vorbei gerannt aber macht keiner generator das verstehe ich nicht jetzt macht ein generator irgendwas ja blöd wir kommen genau zu dir wenn du einen haken machst gerade genau daher kommen wir das bin ich doch gar nicht sagt mir aber dort bleibt ja er haut er ist wieder da er kommt wieder guck mich ist blöd an er hat den anderen nur den auf ja den auf neben dem noch nicht auf verdammt was war denn das was mache ich denn er hebt ihn auf er hebt ihn auf er steht immer noch vor mir er steht immer noch vor mir jetzt muss ich drücken vielleicht wurde jetzt ab was ich gucke kann ich kann ich er hebt ihn auf warte 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 er jetzt ist es ist man an anderen jetzt jetzt ist es jetzt los und so noch so gut Ich kann nicht heilen, aber mein Sunny ist bald alle. So, jetzt mache ich mich mal auf den Weg und mache einen Generator. Du kannst auch mal zu mir kommen, dann kann ich dich wenigstens ein bisschen heilen. Den Generatoren müssen auch irgendwie gemacht werden. Ich komme damit klar so mit Verletzung. Und irgendwo wird ja wahrscheinlich eine Truhe sein, wo ich wieder Medipack finde. Ich hoffe, er ist krankig und kommt jetzt zu euch. Ich habe ihn geheilt und mich geheilt. Alter, ich bin langsam echt fertig mit den Nerven. Ich darf ja nur noch einmal gehangen werden. Ja, halte ich schön zurück. Ja, ist bei mir. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Das ist das Problem. Ganz hinten. Hier kann ich einen Generator ruhig machen. Ganz hinten? Wo ist er hin? Ja, ich bin beim Ausgang. Da, wo du schon einen Haken gemacht hast. Also hier. Okay, ganz weiterhin. Hier kann er mich nicht haken. Das Problem ist halt, dass du bis hinten, habe ich keine Ahnung, wo du bist. Weißt du? Das ist das Problem. Boah, er hat schon wieder. Nee, das bist du. Gut, ich bin ganz weit von euch entfernt gewesen. Da, wo du ihn aufgehoben hast. Das bist du jetzt, ne? Ja, komm. Eine Heilung wäre dufte. Komm hier. Komm hier dahinter oder so. Wo willst du? Wo bist du? Ja, hier. Was ist denn hier? An der Wand lang. Ne, komm. Komm hier dahinter oder so. Warte, ich will mich ein bisschen an... Okay. Guck bitte dich um. Ja, ich gucke nach links. Mach weiter, mach weiter. Ganz schön in Ruhe. Okay. Und am besten hier bleiben. Erstmal. Er wird wahrscheinlich jetzt den Generator machen. Ich hoffe es. Ja. Siehste? Okay. Ne, zurück, zurück, zurück. Der ist genau hier. Der ist am anderen Ausgang raus. Nee, der ist hier bei dem. Ne, zum anderen Ausgang oder was? Kannst du machen. Ich bin bei dir auch. Deswegen am besten ist es immer zu zweit zu laufen. Komm, 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 komm. Ich mach auf. Ich bleib mal hier versteckt, weil, wie gesagt, bin ich schon am Arsch. Ja. Komm. Tor ist offen. Komm, tschüss. Wollen wir noch hier warten? Ne, ne. Ja, warten wir hier zwei Minuten, oder? Komm schon, hoffentlich schafft der andere das. Ich würde ihn ja gerne rufen. Ich geh mal hier links hin, ne. Wo ist er denn nur? Ne, er kommt. WG Richtung Ausgang ist mir scheißegal. Ich geh ganz raus. Einmal, einmal einfach scheiß Ego sein. Scheiß drauf. Ich will mal, ich hab nicht wahr. So, ich geh mal an hier. Ja. Und? Da geht extra Punkte nochmal. Ja, das ist doch scheiß Wurst, aber Mensch. Eigentlich nicht. Wer schnell leveln will, der macht die Punkte. Und er wird jetzt erwischt, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der geht doch bestimmt auch gerade Pumpe. Er geht jetzt wieder runter. Nee, ich glaub, er weiß, wie er spielt. Er hört seine Farmtiere richtig Punkte ab. Weil kein Killer erwartet ihn hier unten. Oder doch? Ach. Seit dem Keller maximal gewagt, Max. Entkommen maximal. Der kriegt sein. Oh. Was für ein Glück der hat's. Alter, da kriegt er jetzt nochmal Dings. Oh, da guck dir die Punkte an. Ja. 24.000. Ja, und ich hab 51.000. Okay. Yeah. Okay, liebe Freunde. Du hattest an der Hörger gemacht. Du warst. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Und... Tschau dann. Tschuhuus.